Moin Pyrus, heute wird mal was gezündet. Wir zünden mal die Tropic Exploder 5, die TP5. 4,5 Gramm pro Böller. Wir werden davon mal 2 zünden. Ich mach mich jetzt auf den Weg. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Abo da, kommentiert das Video, liked es und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wie gesagt, wir sehen uns jetzt beim Zünden und bis dahin, tschüss. Moin Pyrus, wir sind jetzt an der Zündstelle. Na, ich muss jetzt ein bisschen querhalten, weil ich hier alleine bin. Exploder 5, 4,5 Gramm. Der hat richtig gerumst. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.